Ich darf recht herzlich begrüßen Sabina Lammert, die uns ein bisschen von Visual Leadership erzählen. Ja, fangen wir mal an. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen zu meiner persönlichen zweiten Tools for Agile Teams. Vergangenes Jahr war ich auch eben als Teilnehmerin da, hätte mir damals nicht erträumt, dass ich jetzt hier dann auch einen Vortrag halte. Und wer vergangenes Jahr da war, hat vielleicht auch gesehen, ich habe das ein oder andere Bildchen damals schon gemalt. Da war ich in den Anfängen meiner Visualisierungskünste, sage ich mal, bin über meinen Schatten gesprungen und habe, wie ich gleich auch zeigen werde, eben Vorträge für mich persönlich visuell festgehalten. Und ich für mich, ich bin ein Mensch, ich würde von mir behaupten, ich verstehe besser und begreife besser visuelle Darstellungen. Wem geht das ähnlich? Das habe ich fast schon erwartet. Und die Sache aber, die ich festgestellt habe, damals vor allem, als ich noch im Biotech als Projektkoordinatorin und Projektmanagerin gearbeitet habe, war, dass doch sehr, sehr wenig visuell kommuniziert wird. Die allermeisten Meetings, man kommt hin, man hat meistens noch irgendwie einen Titel, vielleicht gibt es eine Agenda, irgendwie runtergetippt. Und das Meeting selber läuft so ab, dass man miteinander sehr viel heiße Luft produziert. Es wird miteinander gesprochen, es werden ja diverse Diskussionen geführt, mal Entscheidungen getroffen. Und was ich damals hatte in meiner Rolle als Projektkoordinatorin, ich hatte ganz oft ein Déjà-vu, dass sich Meetings wiederholt haben. Dass ich identisch die gleichen Meetings nochmal erlebt habe, weil die Entscheidung, die getroffen worden ist, ja irgendwie eine Woche später konnte sich keiner mehr daran erinnern. Oder nicht mehr alle gleichermaßen. Das heißt, die Menschen saßen in einem Raum, haben miteinander gesprochen, aber irgendwie aneinander vorbei und es musste wieder und wieder durchgekaut werden. Das fand ich persönlich sehr frustrierend, sehr anstrengend. Und Gott sei Dank hat es mich vor zwei Jahren so peu à peu in diese agile Welt gezogen, die ja unter anderem nach einem Prinzip arbeitet, nämlich mach deine Arbeit sichtbar. Und bei mir persönlich ist es mittlerweile so, dass mich Bilder in meinem Alltag begleiten. Das heißt, vorhin saßen wir da alle zusammen, haben den Vortrag eben, gerade eben, die Keynote von Jürgen Appelow angeschaut, die ja auch sehr bildreich war. Und früher war es so, ich habe mir Vorträge angehört, ich bin heimgegangen und meistens ein halbes Jahr später, spätestens, wenn nicht sogar eine Woche später, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, worum es so wirklich ging. So geht es mir auch bei Meetings, so geht es mir auch bei sehr vielen Gesprächen. Mittlerweile sehen meine Notizen so aus. Das ist der Vortrag von eben, visuell zusammengefasst. Deswegen war ich gerade etwas in Panik, weil ich dachte, oh mein Gott, ich muss es schaffen. Ein Kampf gegen die Zeit. Kriege ich das noch in die Präsentation? Ein Farbkleckser hier, ein Farbkleckser dort. Und diese Art zu kommunizieren, dieses bildliche Kommunizieren, das muss nicht gleich auf diesem Level sein. Aber das kann dazu führen, dass man nicht nur eben miteinander besser kommuniziert, sondern dass man eben auch Menschen besser führen kann. Und da würde ich gerne die nächste Frage stellen. Wer von euch ist ein Leader? Ein paar Hände zögerlich. Jetzt ist natürlich die große Frage, was meint die damit? Ich meine nicht, dass irgendwo in einem Arbeitsvertrag steht Führungskraft. Ich meine, wer von euch nimmt Einfluss auf Mitmenschen im Arbeitsumfeld? Da gehen ein paar Hände mehr hoch. Ich persönlich bin der Meinung, jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder einzelne Mitarbeiter, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt ist ein Leader. Denn wir alle beeinflussen unser Umfeld. Auf welche Art auch immer. Leadership ist nicht Command and Control. Leadership ist eine Einladung, die ich ausspreche, ein Rahmen, den ich schaffe, damit die Menschen in meiner Umgebung wissen, in welche Richtung es geht. Und das schaffe ich unter anderem auch durch bessere Kommunikation. Und konkret braucht es aber bestimmte Rahmenbedingungen, damit Leadership auch wirklich erfolgreich ist. Wer kennt diese Grafik von Hendrik Nieberg? Na, verhältnismäßig wenig. Ich gehe da nochmal drauf ein, weil die ist super. Das ist auch ungefähr, glaube ich, das einzige Bild in diesem Vortrag, das ich nicht selbst gemalt habe. Weil ich dachte, es ist schon gut genug, das muss man nicht noch besser machen. Es gibt zwei Dimensionen. Einmal die Dimension der Autonomie und einmal die Dimension des Alignments. Haben wir kein Alignment und keine Autonomie, dann haben wir viele Menschen, die irgendwo hinrennen, planlos sind, Chaos. Das ist tatsächlich das, was ich in meiner Arbeitszeit in Festanstellung als Projektmanagerin überwiegend gesehen habe. Das heißt, wir wussten nicht, was das Projekt eigentlich zum Sinn hatte, was der Zweck des Projektes war. Und wir waren aber selber nicht befähigt genug, Selbstentscheidungen zu treffen. Weil wir hatten gar nicht transparent alle Informationen, die wir gebraucht hätten, um unternehmerisch handeln zu können. Das Ergebnis ist, sehr viele verwirrte Menschen, das hier führt zu Arbeitsunzufriedenheit auf Dauer. Das sind die Menschen, die irgendwann innerlich kündigen. Weil sie aber auch in so einem Rahmen sind. Das heißt, es ist ganz wichtig zu überlegen, wie ist der Rahmen? Geben wir den Menschen ausreichend Alignment, damit sie wissen, wo es hingeht. Wenn unsere Mitarbeiter ausreichend Alignment haben, das heißt, wir haben hier ein kleines Sternchen, ein kleines Ziel, baut eine Brücke, das ist das Ziel. Aber wir haben noch eine geringe Autonomie, dann brauchen wir immer noch jemanden, der auch sagt, jetzt mach das. Vielleicht kennt ihr das von so ein paar Kollegen in eurer Umgebung, die eigentlich die Kompetenzen haben, aber man muss ihnen immer noch sagen, ja, du darfst das auch wirklich machen. Das erlebe ich ganz oft, wenn ich im Coaching im Rahmen einer agilen Transformation in Unternehmen bin. Dass viele der Mitarbeiter, der Teammitglieder es nicht gewohnt sind, selbst was zu machen, ohne zu fragen, darf ich das? Das ist etwas, da muss man auch einen Rahmen für schaffen. Vertrauen und Sicherheit schaffen. Damit tendenziell eben mehr Autonomie herrscht. Hier haben wir kein Alignment. Das heißt, hier der Chef hofft, dass da mal eine Brücke gebaut wird. Aber wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter, die eigentlich kompetent sind, die tendenziell wissen, was sie tun, aber ihnen fehlt noch das Ziel. Und hier oben haben wir das Optimum. Sowohl Alignment als auch Autonomie. Wir wissen, wo es hingeht und wir können selbst entscheiden, wie wir da hinkommen. Das ist das, was wir in einem ordentlichen Scrum-Team beispielsweise haben möchten. Aber unabhängig von Scrum. Scrum ist eine Produktentwicklungsmethode, die in meinen Erfahrungen in den seltensten Fällen in Perfektion umgesetzt wird. Das heißt, so wie ich es kenne, passen wir es auch immer bedarfsgerecht an die jeweilige Situation an. Aber unabhängig davon, ob man in der Produktentwicklung ist, in der Buchhaltung ist, in welchem Bereich auch immer, braucht es eben Alignment und Autonomie, damit man eine gute Performance bekommt. Und das hat eben auch Google festgestellt. Wer von euch kennt das Project Aristotle? Auch ein paar Hände hoch. Für die, die es nicht kennen, kurze Zusammenfassung. Google hat im Jahr 2012 eine Studie durchgeführt und sie haben geschaut, was unterscheidet ganz normale Teams von High-Performance-Teams. Weil jeder möchte doch High-Performance-Teams haben oder Teil eines High-Performance-Teams sein. Und bei über oder um die 200 Teams, die sie sich da angeschaut haben, kamen folgende fünf wichtigsten Faktoren raus. Hier ganz links steht der allerwichtigste Faktor, der massivst unterschätzt worden ist in den letzten Jahrzehnten in den Arbeitsumgebungen und Unternehmen, nämlich psychologische Sicherheit. Was bedeutet psychologische Sicherheit? Ich kann einen Fehler machen und muss mir anschließend nicht eine problemorientierte Diskussion antun, sondern ich gehe beispielsweise zu meinen Kollegen hin, erzähle von einem gewissen Fauxpas und bekomme als Antwort, danke vielmals, dass du uns in Kenntnis gesetzt hast. Mit diesen neuen Informationen können wir jetzt gemeinsam nach einer Lösung suchen. Ist das das Gängige, was man so erlebt? Ich sehe ein paar Köpfe. Also in den Umgebungen, in denen ich groß geworden bin und meine ersten Jahre verbracht habe, war das nicht der Fall. Ich möchte von einer Kollegin erzählen. Diese Kollegin hat von unserem gemeinsamen Vorgesetzten einen Auftrag bekommen. Und sie hat festgestellt, Mensch, es gibt auch eine andere Abteilung, die sind darauf spezialisiert. Die brauchen dafür nur ein Zehntel der Zeit, das macht für die gar keinen Unterschied. Die könnten doch diese Aufgabe einfach mitmachen. Absolute Zeiteffizienz. Im Teammeeting schlägt sie das unserem Chef vor. Er hört sich das an, steht auf, haut auf den Tisch und sagt, du hast gefälligst zu tun, was ich dir sage. Ist tatsächlich passiert. Ich traue mich nicht. Normalerweise, wenn ich da von den Trainings erzähle, schreie ich einmal richtig, damit es in allem webt. Das traue ich mich mit dem Mikro nicht. Aber der hat richtig geschrien. Vor dem gesamten Team hat er gesagt, was ihr das denn überhaupt einfällt. Selbst zu denken. Selbst nach einer besseren Lösung zu suchen, als er sie gesehen hat. Danach hat sie sich zwei Wochen krankschreiben lassen. Sie ist immer noch da. Ich habe es vier Monate mit diesem Chef ausgehalten, bevor ich das Unternehmen komplett verlassen habe. Fehlende psychologische Sicherheit. Das Thema Zuverlässigkeit. Ich hatte das einmal auch bei einem Arbeitgeber. Da hieß es so schön im Bewerbungsgespräch. Ja, ja, ja. Also bei uns ist es ja ganz normal, dass man nach der Probezeit eine Gehaltserhöhung bekommt. Wie das Selbstverständlichste der Welt wurde mir das verkauft. Ich, damals noch jung, naiv, dachte mir, klar, schön, freue ich mich. Nach der Probezeit frage ich die Dame von HR, meint sie zu mir, dieses Gespräch hat niemals stattgefunden. Das denkst du dir aus. Im Prinzip hat sie gesagt, ich habe gelogen. Diese Zuverlässigkeit ist, dass ich auch auf das Wort meiner Kollegen vertrauen kann. Wenn ich in den Urlaub gehe und meine Kollegin sagt mir, ich kümmere mich um deine Sachen, dass ich auch weiß, sie kümmern sich darum. Zuverlässigkeit. Tatsächliche Zuverlässigkeit. Und jetzt ist, das ist der Punkt hier, der auch sehr stark auf das ganze Thema visuelle Kommunikation, Visual Leadership einzahlt. Struktur und Klarheit in der Kommunikation. Ohne Struktur und Klarheit, wenn ich nicht weiß, in welchem Rahmen ich mich bewege, dann bin ich, wie vorhin, diese kleinen Männchen unten links, verloren. Ich weiß nicht, wo mein Ziel ist. Ich weiß nicht, was ich darf. Ich kann keine Autonomie aufbauen. Und visuelle Darstellungen helfen bei dieser Struktur und Klarheit. In welcher Form, zeige ich gleich im Anschluss. Um es noch zu beenden, gibt es noch das Thema Meaning, also Sinn der Arbeit. Ganz wichtig ist die Sinnstiftung. Da habe ich nachher auch ein Beispiel von einem Team, das erst richtig performen konnte, als sie überhaupt wussten, wofür sie Features entwickeln. Stellt euch ein Team vor, das nicht weiß, das brav entwickelt, aber nicht weiß, wofür. Und ich befürchte, es gibt viele von denen. Und der Einfluss der eigenen Arbeit. Bei mir ist es so, ich habe immer diesen Weltverbesserungsdrang. Ich möchte die Welt retten in irgendeiner Form und überlege mir, wie ich jetzt die Welt besser mache, indem ich hier heute vor euch stehe. Das ist aber auch zunehmend natürlich wichtig für High-Performance-Teams. Dieses ganze Bild, vielleicht hat jemand schon mal das gesehen, dieses kleine Brandenburger Tor und die Hühner drauf, kommt aus diesem Bild. Das Manifest für menschliche Führung von Markus Reitner. Ein kurzes, kleines Buch. Markus Reitner ist ein Agile-Coach bei BMW und der hat im Prinzip seine Blog-Beiträge zusammengefasst und daraus ein 50-seitiges Buch gemacht, das ich gelesen habe. Und ich fand es so schön auf dem Punkt, ich liebe kurze Bücher, ich liebe es, wenn es auf dem Punkt ist, dass ich meinen Dienstagvormittag damit verbracht habe, das zu Papier zu bringen. Und was ich so schön finde hier ist, dass er das auch wirklich menschliche Führung nennt. Ich gebe zwar auch viele Trainings für Agile Leadership und ich finde mittlerweile, Agile ist einfach ein Buzzword. Es wird so oft fehlverwendet und spätestens seitdem ich gehört habe, wie Projekte mit McKinsey in agile Transformationen ablaufen, verstehe ich es, wenn Menschen, wenn ich ihnen sage, ich bin Agile-Coach, die Augen verdrehen. Ich bin auch gerade noch so am Überlegen, ob ich mich langfristig anders benennen soll. Nee, aber es ist wirklich, hinter diesem Begriff steckt viel. Aber menschliche Führung ist etwas, was wir alle zum Ziel haben sollten. Ein besseres, wertschätzenderes, ja, zielorientiertes Miteinander. Was finden wir da unter anderem? Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Also ihr seht, das ist im Stil des Agilen Manifests auch geschrieben. Sechs Thesen insgesamt. Diversität und Distance, mehr als Konformität und Konsens. Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht einer Meinung sind. Wir müssen aber alle das gleiche Ziel haben. Und wenn die Diskussionen, die wir haben, zielorientiert sind, kommen wir immer zu einer Einigung. Sinn und Vertrauen mehr als Anweisung und Kontrolle. Beitrag zu Netzwerken mehr als Position und Hierarchie. Hierarchie, das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Denn Position und Hierarchie, wer schon mal eine agile Transformation mitgemacht hat, weiß. Also was heißt mitgemacht? Ich habe auch noch keine bis zum Ende begleitet. Ich bin auch immer nur so Lebensabschnittsgefährte, muss ich fairerweise sagen. Aber dieses ganze Statusthema, diese Ängste, was ist, wenn mein Mitarbeiter besser ist als ich, die begleiten so etwas. So ein Prozess. Ganz wichtig hier auch, Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen. Da habe ich einen ganz, ganz tollen Chef mal gehabt. Das war der Chef, der mich auf mein Leben geprägt hat. Seine ersten Worte zu mir waren, ich möchte, dass du eine bessere Projektmanagerin wirst, als ich es jemals war. Ja, das ist tatsächlich Leadership und mutig, dass Neuerkunden mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen. Dieses Poster, es ist, wie schon gesagt, 50-Seite-Inhalt, einfach nur visualisiert. Aber auch das ist schon eine Art zu führen, wo wir doch beim Thema Visual Leadership sind. Das ist ein Poster, das ist frei zum Download verfügbar. Kann sich jeder plotten, jeder drucken. Und in vielen Büros hängt es schon. Und das ist auch eine Art von Statement. Das ist eine Bekundung. Ich als Führungskraft möchte anders führen. Das heißt nicht, ich weiß von heute auf morgen, wie ich richtig führe. Aber das heißt, ich bin dazu bereit. Und wie schon gesagt, aus meiner Sicht ist jeder hier ein Leader. Und ich würde mir wünschen, dass ihr alle auch reflektiert, inwiefern trifft das auf euch zu? Und was könnt ihr dazu beitragen? Leadership generell, hier habe ich es damals noch Agile Leadership genannt, auch eine Visualisierung. Was ganz wichtig ist, und da komme ich nachher zu, ist eben dieses Thema, über eine Vision auch zu inspirieren. Die Vision ist der Stern vorhin. Wir hatten es ja vorhin mit OKRs in dem Vortrag von Jürgen Appelow, was ja eher für größere Organisationen Sinn macht. Oder eben dem North Star. Vision in welcher Form auch immer. Irgendeine Zielvorgabe muss da sein, um Struktur und Klarheit zu schaffen, auf Augenhöhe miteinander sprechen, Plan B parat haben, Raum für Kreativität geben und, und, und. Also man kann da beliebig viel hinmachen. Es gibt nicht die eine Art und Weise, was Leadership ist. Eine andere Darstellung dazu auch, was für mich wichtig ist, ist eben dieses mit Rat und Tat beiseite stehen. Und das macht ihr doch auch für eure Kollegen. Wenn die was brauchen und die kommen auf euch zu, steht ihr ihnen ja auch mit Rat und Tat beiseite. Man gibt ihnen Sicherheit. Sicherheit, wenn eben dann doch mal ein Fehler passiert, wenn sie in den Urlaub gehen. Auch ein bisschen Guidance. Wo geht es hin? Und ganz wichtig, Wachstum. Und dieses Thema Wachstum ist etwas ganz Wichtiges, weil es gibt verschiedene Stufen, in denen wir Menschen uns befinden. Wir haben es ja auch eben gehört. Es gibt verschiedene Bedürfnisse entlang einer Entwicklung. Und natürlich ist man am Anfang tendenziell so, gerade in einem Unternehmenskontext, man ist sehr ich fixiert. Man muss erst mal selbst ankommen, sich in der neuen Situation zurechtfinden. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, in dem man nicht mehr am Nehmen ist, am sich selber orientieren, sondern man kommt in die Lage, selbst zu geben. Und was ich dafür sehr hilfreich finde, sind Reflektionen. Wer von euch reflektiert regelmäßig? Sehr schön. Das ist überdurchschnittlich viel. Man merkt, wir sind auf einer agilen Konferenz. Denn die meisten machen es tatsächlich nicht so häufig. Es gibt ja verschiedene Arten von Reflektionen für einen selbst, im Team. Und in meinen ersten zweieinhalb Jahren Berufsleben, drei Jahren Berufsleben, habe ich nie wirklich in meinem Arbeitskontext reflektiert und selbst auch nicht reflektiert. Und ich finde, das ist etwas, das eine super Verschwendung ist von unserem Bildungssystem aus, weil wir gehen aus der Schule raus und bekommen dieses simple Skill nicht mit, uns einfach zu fragen, was läuft gerade gut, wo haben wir Verbesserungspotenzial und welche Maßnahmen leiten wir daraus ab? Drei simple Fragen, Bestandteil jeder Retrospektive. Und ich wette, wenn wir das schon wirklich mit der Muttermilch aufsagen würden, hätten wir alle ein viel glücklicheres und sinnstiftenderes Leben. Viele lernen es erst in ihrem Erwachsenenalter. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch Umbrüche in der Bildung. Und ich habe schon von Schulen gehört, die führen das jetzt auch langsam peu à peu ein. Reflektionen können ganz simpel aussehen. Hier ein Beispiel. Was hast du erreicht? Und hier ganz wichtig, gerade im Leadership-Kontext, wie hast du anderen beim Wachsen geholfen? Weg vom Ich-Fokus hin zum Fokus, wie habe ich anderen geholfen? Und aus meiner Sicht sollten auch Beförderungssysteme in einem Unternehmen und die Besetzung von Führungspositionen anders ablaufen, nämlich nicht nach der Leistung des Einzelnen, sondern wie diese Person anderen geholfen hat, besser zu werden. Ich möchte doch als Führungskraft jemanden haben, der ein Multiplikator ist und der nicht ich-zentriert ist. Und daher diese Frage. Ansonsten, where do you have potential for improvement and which challenges or which challenge will you master next? Also es sind einfach willkürliche Fragen, die kann man beliebig austauschen. Das war jetzt eine Art der Retrospektive, aber vier Fragen, die man sich einmal pro Woche stellt, machen so einen Unterschied. Und das kann man für sich intrinsisch machen, als eine Person, oder das kann man natürlich auch mit seinem Team machen. Und Team muss auch nicht jetzt Projektteam sein. Wichtig ist, dass man anfängt. Das wandelt sich. Es kann sein, ihr habt aktuell ein Bedürfnis für euch selbst zu reflektieren und zukünftig ändert sich das hin zu einem Team-Reflektionsbedürfnis oder zu einer Reflektion mit dem Partner. So viel zu Leadership. Erstmal kurz sacken lassen. Jetzt geht es aber eben nicht nur um das Thema Leadership als solches, sondern wie schon gesagt auch ums Visuelle. Ihr habt hier viele Bilder präsentiert bekommen, viele Impulse, wie es geht, aber jetzt will man das ja natürlich auch selbst machen. Man will ja selber auch zu Pen & Paper hoffentlich greifen. Und es gibt sehr, sehr viele, ja, einen sehr großen oder sehr viel Mehrwert daraus, was visuelles Arbeiten bewirkt. Das ist ein Auszug aus dem Buch Visual Doing. Da gibt es auch ein Buch, das heißt Visual Thinking. Die haben das so toll gemacht, dass ich einfach das Rad nicht neu erfinden wollte. Letztendlich, was hilft es? Mehr zusammenzuwachsen und einfach Sachen zu vereinfachen. Ganz oft redet man wirklich aneinander vorbei. Ich hatte das bei einem Team, die haben, es waren Entwickler und die haben sich zugearbeitet, beziehungsweise zwei Teams waren es. Und dann haben die einen den Prozess geschildert, wie das abläuft in der Produktentwicklung und die anderen. Und ich als Nicht-Expertin, also ich bin studierte Biochemikerin und Neurowissenschaftlerin. Könnte mich mit Programmiersprache wirklich jagen. Ich bin eher so der, die Person, die zwischenmenschlich eher die Stärken hat, sage ich mal. Habe nur aber gemerkt, irgendwie passt das, was Team A sagt, nicht mit dem zusammen, was Team B sagt. Dachte mir nur, na, ich bring die mal zusammen, die sollen mal miteinander reden und die den Prozess visualisieren, wie sie zusammenarbeiten. Aus der geplanten halbstündigen Session sind drei Stunden geworden, weil sie jeweils voneinander bestimmte Arbeitsschritte gar nicht kannten. Was zu Missverständnissen in der Zusammenarbeit geführt hat und was haben wir dafür verwendet? Post-its. Einfach nur Post-its verwenden und an die Wangen zu hängen, ist schon eine Art der Visualisierung. Da braucht es nicht viele malerische Künste. Sharing the same vision. Ganz wichtig, ich bin ein großer, großer Freund davon, Visionen, Ziele, Ideen zu visualisieren, weil unsere Kommunikation verbal einfach nicht ausreicht, um so etwas umfangreich festzuhalten. Schnellere Kommunikation, ihr seht es, man sieht ein Bild, es kommt einem bekannt vor. Alignment auf jeden Fall. Prozesse klar machen, das ist eben auch das Beispiel von eben gewesen. Und uncover other outcomes. Also es kann sein, wir haben eine tolle Idee, gerade wer schon mal mit Design Thinking gearbeitet hat, wir haben eine tolle Idee in drei verschiedenen Köpfen, bringen das in irgendeiner Form visuell zu Papier und stellen fest, oh, da ist ein Detail, das hatte ich gar nicht bedacht und dieses Detail hat jemand anderes nicht bedacht und plötzlich hat man das Bestmögliche aus allem. Genau, new ideas, better insights. Und jetzt kommt meistens dann die Frage, ja, aber ich kann nicht malen. Kennt ihr das? Ja, ich kann nicht malen. Dafür habe ich eine Nachricht. Möchte ich euch was mit auf den Weg geben. Ich möchte erfragen, wer von euch folgende Formen zeichnen kann. Das ist jetzt der Test, ob ihr in der Lage seid, auch abseits von Reihen, Posted und Text visuell zu kommunizieren. Ready? Okay. Wer kann das hier zeichnen? Top, kriegen wir hin. Mathe. Also Mathe hat euch unwissentlich auf ein Leben im Visuellen vorbereitet, möchte ich sagen. Ich teaser schon an, was als nächstes kommt. Kriegen wir hin? Yes. Sehr cool. Wie sieht es aus? Oh, jetzt kommt es, jetzt wird es schwer. Jetzt wird es echt schwer. Wie sieht es damit aus? Also es muss nicht perfekt aussehen. Ich habe es auch manchmal, dann sieht es eher aus wie ein Ei. Aber dass man es von den beiden unterscheiden kann, kriegen wir hin. Ja, ein paar Ecken weniger. Strich. Läuft. Uh. Ein besonders schöner. Und abschließend ein Punkt. Wer kriegt das hin? Diese fünf Grundfiguren. Sehr cool. Dann seid ihr qualifiziert, um auch neben reinem Post-its und neben reinem Text das, was in euren Gedanken vor sich geht, auch visuell etwas zu bestärken. Es gibt ganz wunderbare Kurse und Bücher dafür. Ihr kennt es vielleicht. Bikablo hat tolle Bücher mit verschiedenen Grundformen. Hier auch von Nadine Rosa ein sehr gutes Buch. Da sind simple Symbole drin. Und die Philosophie dahinter ist, wir müssen visuelles Vokabular lernen, wie auch jede andere Sprache. Wort für Wort für Wort für Wort für Wort. Bikablo hat beispielsweise dafür sogar Karteikarten. Dann steht auf der einen Seite drauf Glühbirne und dann malt man eine Glühbirne. Bestehend eben aus diesen Grundformen. Mehr ist das nicht. Und ich will euch gar nicht dazu mehr sagen, weil die Kurse, die gibt es, die sind wunderbar, werden ganz toll angeboten. Es gibt online ganz viel und das ganz Verrückte ist, ihr braucht keinen Kurs, ihr könnt es auch einfach selber machen. Also einfach abzeichnen von anderen Leuten. Und viel visuelles Vokabular braucht man nicht. Man könnte meinen, ich sitze da jeden Abend und bei einer Tasse Tee male ich da ein Vokabelkärtchen nach dem anderen runter. Nein, das tue ich nicht. Die Vokabelkärtchen, die besitze ich zwar, aber nur für Trainings, wenn ich mal welche gebe, die tatsächlich in die Richtung gehen. Ich habe meine Notizbücher durchgeschaut und meine 20 Vokabeln sind die hier. Mehr ist es nicht. Und ab und an brauche ich auch mal ein anderes Bild. Dann verwende ich etwas ganz Verrücktes, das kennt ihr mit Sicherheit auch, das nennt sich Google. Und gebe ein, meinen Begriff, zum Beispiel Fisch und dahinter setze ich das Wort bei der Google Bildersuche, Clipart oder Cartoon, irgendwas in die Richtung, damit es vereinfacht ist oder Icon, je nachdem, was es ist. Und dann kriege ich eine simplifizierte Darstellung von teilweise auch eben komplizierten Objekten. Keine Sorge, ihr könnt euch, die gesamte Präsentation gibt es online, also die könnt ihr euch auch komplett runterladen. Aber mehr ist es nicht. Mehr braucht ihr nicht. Sowas kann man sich ausdrucken, hinten in sein Notizbuch packen. Und wenn man bei jedem Meeting, das man hat, immer mal wieder schaut, dass man einzelne Symbole reinbringt, dann wird man auch mit der Zeit besser. Und dann wird das auch ansprechender, wenn man mit seinen Kollegen, Mitarbeitern kommuniziert. Und was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen zum Thema Leadership. Leadership ist etwas, das macht man nicht nur nach unten in der hierarchischen Ebene. Leadership macht man auch nicht nur auf der gleichen Ebene, sondern was ich in meinem ersten Job ganz viel gemacht habe, ist, dass ich nach oben geführt habe. Ich habe meinen eigenen Chef geführt. Wie führt man seinen eigenen Chef? Man verschwendet nicht seine Zeit. Man sorgt dafür, dass wenn man sich trifft, dass alles gut vorbereitet ist. Und auch dafür kann man eben diese visuellen Darstellungen verwenden. Ich habe einmal in einem Unternehmen auch, hatte ich das Glück, mit einer Finanzberatung da zu sein. Und die haben, wie es sich gehört, 40 Seiten PowerPoint gehabt, Schriftgröße 8, haben da alles vorgestellt, was sie geplant hatten und, 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 und. Ich habe mir das Ganze angehört und dachte nur so, oh Gott sei Dank, bin ich in keiner klassischen Beratung. Anschließend habe ich präsentiert drei Flipcharts. Der Vorstand war begeistert. Das war mehr Gesprächsthema als dann die 40 PowerPoint Slides davor. Es geht nur darum, zur richtigen Zeit das richtige Stilmittel zur Hand zu haben. Und das ist manchmal nicht die 40-seitige PowerPoint-Präsentation mit allen Details. Das ist manchmal auch einfach ein simples Flipchart. Natürlich, wenn ich viele Zahlen, Daten, Fakten präsentiere, dann muss ich gegebenenfalls auch eben auf die PowerPoint zurückgreifen, aber stilistisch richtig das Richtige zur richtigen Zeit anwenden. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Beispiele, wie kann man das im Alltag machen? Und ich habe euch viele Beispiele aus Kundenprojekten und Ähnlichem mitgebracht. Einfach als Inspiration, denn mein Ziel ist es nicht, euch zu sagen, das ist ein Muss, sondern euch zu inspirieren, was gibt es denn jetzt über diese Icons hinaus, was man im Alltag verwenden kann. Und das Typische ist natürlich das simple Board. Das ist jetzt kein Taskboard, wie ihr das vielleicht kennt, wenn ihr denn mit Scrum oder Kanban arbeitet. Das ist meine Trainingsagenda von meinen Workshops, von meinen Trainings, die ich mache. Und wenn ich ein Meeting moderiere und ich werde ganz oft als Externe reingeholt, auch um Meetings zu moderieren, dann habe ich immer so eine Agenda, dann steht hier drüben, man sieht es jetzt hier nicht, ein Work in Progress und ein Done. Zu jedem Zeitpunkt weiß jeder genau visuell, wo wir uns befinden. Eine Kleinigkeit, mag man meinen, aber in den meisten Unternehmen ist das abseits der Vorstellungskraft. Ich kriege ganz oft in meinen Trainings gesagt, oh mein Gott, das Tolle war die Agenda, wo ich dann denke, okay, das kann ich sofort einsetzen. Schön. Und das ist eigentlich für mich schon so selbstverständlich, aber in gängigen mittelständischen Unternehmen und Konzernen ist das leider sehr innovativ. Jede Farbe bedeutet auch was anderes. Grün ist Spiel, Gelb ist Theorie, Orange ist interaktive Übung und so weiter. Das heißt, man kann das ganz wunderbar auch kodieren und schon hat man visuell auch eine Art von Rahmen und Struktur geschaffen und die Teilnehmer fühlen sich durch den Tag hinweg abgeholt. Das Ganze, wenn man natürlich jetzt eben alleine ist und nicht ein Team hat und nicht ein Workshop vorbereitet, kann man auch in seinem eigenen Notizbuch machen. Das ist mein Notizbuch. Das ist Sibylle, die Pille, mein Maskottchen, das mich hier unterstützt. Oben eine kleine Eisenhower-Matrix und To do, Work in Progress, Done. Was in Done ist, wird weggeschmissen. Ich dokumentiere nichts. Das ist das Schöne, wenn man alleine ist. Also das, für alle, die noch nicht mit einem Taskboard arbeiten, sich einfach daran gewöhnen möchten, kann man sich auch in sein Heft zeichnen und das sind ganz normale, ja, diese kleinen Post-its, die man eben verwendet, zum Text markieren. Weitere Beispiele, wenn wir jetzt eben am Anfang von einem Meeting stehen oder von einem Training, was ich dann habe, sind Erfolgsfaktoren. Ich stelle vor, wie wir besser, oder wie wir, was der Rahmen ist für unsere gemeinsame Zusammenarbeit während eines Trainings oder Workshops. Wie zum Beispiel, dass ich die Hand hebe, wenn ich möchte, dass es leise ist. Weil wenn ich mal vier Tage die Woche Trainings gebe, ist meine Stimme sonst weg. Wenn ich jedes Mal schreie, um eine große Masse an Menschen zu beruhigen. Timebox erkläre ich, dass Fotos erlaubt sind. Gesetzt der zwei Füße. Bei mir darf immer jeder raus, wann er will. Solange ich präsentiere. Wenn die anderen Teilnehmer präsentieren, dann sollen sie bitte, was auch immer sie für andere Bedürfnisse haben, es soweit unterdrücken. Und erst wieder zurück in den Raum kommen, wenn alles erledigt ist, wenn mit dem Chef telefoniert worden ist oder ähnliches. Hashtag Arma, Ask Me Anything. Digital Detox ist auch die Einladung, vor allem seinen Laptop wegzulegen. Beim Handy bin ich immer nicht so pingelig. Und ich biete auch immer Energizer an. Wenn ich merke, das Level geht runter, das Energielevel, dann spielen wir ein bisschen miteinander. Das stelle ich vor, das hängt dann auch im Raum. Und schon weiß jeder zu jedem Zeitpunkt, in welchem Rahmen sie sich für ein-Tages-, zwei-Tages-Training befinden. wobei man das auch natürlich bei regelmäßig stattfindenden Team-Meetings einführen kann und das auch in den Raum hängen kann. Und schon haben wir wieder Struktur und Klarheit, ohne dass es, vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das mal im Raum, solche langen, langen Texte mit Meeting-Regeln. Von der Raum muss aufgeräumt sein bis hinzu, das Meeting darf nicht länger dauern, als es angesetzt ist und so weiter. Das macht es ein bisschen lockerer. Genau das Gleiche, aber ein bisschen lockerer. Ein weiteres Beispiel, eine Zielesammlung. Das ist jetzt aus einem Workshop, einem Strategie-Workshop oder, ja, beziehungsweise, es war ein Unternehmen, die standen absolut fest in der Krise. Sie haben die Umsatzzahlen nicht geschafft, wussten nicht, woran es liegt. Also haben wir eine Sammlung gemacht an Zielen. Was alles sind die Ziele, die sie sehen? Und dann haben wir das alles visuell runtergeschrieben. Normalerweise hätten sie einfach miteinander geredet. Und als das fertig war, habe ich gesagt, jetzt schaut mal drauf. Was fällt euch auf? Und dann haben sie gesagt, oh, wir haben den Kunden vergessen. Simple, kurze, visuelle Darstellung, ohne viel Aufwand, aber hätten wir nur miteinander geredet, wäre es Ihnen gegebenenfalls nicht so sehr aufgefallen und nicht so schnell aufgefallen. Und wir hätten vielleicht noch stundenlang über Ziele gesprochen, ohne an den Kunden zu denken. Danach gab es ein zweites Flipchart. Das war dann kundenorientierter. Prozesse kann man auch entsprechend darstellen, in welcher Form auch immer. Hier würde Jürgen Appelow berechtigterweise auch sagen, das sieht zu sequentiell aus. Ja, das ist zu sequentiell, aber ich sage auch immer zu meinen Teilnehmern in den Trainings, ich gebe euch erst mal Schubladen an die Hand, versteht erst mal die Schubladen und dann, wenn ihr bereit seid für den nächsten Schritt, dann reden wir, wo geht es wann hin und zurück, unter welchen Umständen, was braucht ihr alles? Und gebt den Leuten auch an die Hand, bitte, bitte reflektiert. Wenn ihr reflektiert, findet ihr euren eigenen Weg. Aber auch eben diese Darstellung von Prozessen zu sagen, ah, da gibt es verschiedene Methoden, es gibt sowas, das heißt Design Thinking, dann gibt es sowas, das heißt eben Scrum, dann gibt es was, das heißt Kanban, Schubladen an die Hand, das ist ein vereinfachtes Modell und wir haben ja diese große Grafik auch eben von Jürgen Appelow gesehen, wenn man wirklich alles erschlagen möchte, dann verabschieden wir uns von der Einfachheit. Also das ist immer auch ganz wichtig, das ist auch bei meinen Visualisierungen, wenn ich einen Vortrag visualisiere so, da ist nicht immer alles an Information, drin und es muss auch nicht alles drin sein, es muss nur das Wichtigste drin sein. Aha-Momente festhalten oder Entscheidungen, das heißt, wenn ihr das nächste Mal ein Meeting habt und ihr trefft eine Entscheidung, dann haltet es visuell fest. Ich mache das immer am Flipchart, weil dann sitzt da jemand und sagt, Moment, das habe ich so gar nicht gemeint oder das würde ich gern ergänzen. Früher als Projektkoordinatorin musste ich seitenweise Meeting Minutes tippen als Fließtext. Das war der absolute Horror, das wollte kein Mensch lesen. Mittlerweile habe ich einen Flipchart und wenn ich das Flipchart im Meeting drauf wieder raushole, dann sorgt es so viel, in dem Moment, wie die Teilnehmer dieses Flipchart sehen, sind sie so viel wieder in den Emotionen drin vom letzten Meeting. Das heißt, wir sind viel schneller, viel effizienter wieder beim Thema. Nur weil sie einen Wiedererkennungswert haben. Darum versuche ich auch jedes Mal, es optisch ein bisschen unterschiedlich darzustellen. mit Symbolen, mit bestimmten Farben, mit was auch immer mir gerade einfällt. Das auch als Beispiel. Hier mein Bildschirmschoner, aber auch eben meine Vision. Das heißt, ich habe mich ja erst im Juli selbstständig gemacht und habe überlegt, was biete ich denn eigentlich an? Weil erstmal muss ich Struktur für mich machen, damit ich auch anderen das irgendwie zeigen kann. Wer von euch kennt Simon Sinek? Sehr schön. Relativ viele. Ein ganz toller TED-Talk, den ich absolut empfehlen kann von Simon Sinek. Start with why. Letztendlich seht ihr hier das Muster von why, how and what. Und wichtig ist das, was die Menschen kaufen, ist nicht ein tolles Produkt, weil tolle Produkte können viele herstellen, sondern oftmals einfach die Vision dahinter. Wofür steht das Unternehmen ein? Heutzutage merken wir es mehr denn je, denn es geht ganz viel eben auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ein Unternehmen nicht nachhaltig ist, dann schneidet es sich selbst ins Fleisch. Und diese Darstellung von why, how and what, die habe ich auch bei einem Kundenteam. Ja, da habe ich, das war die Geschichte, die ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe. Ich habe ja erzählt, dass es eben diese Entwickler gab, die nicht wussten, was sie entwickeln. Wie habe ich das in Erfahrung gebracht? Ich bin mit denen zum Mittagessen gegangen und habe gefragt, ja, was entwickelt ihr denn gerade? Ja, Jira User Story 2340. Ja, was steckt denn dahinter? Dann haben die es mir ganz technisch erklärt. Wie schon gesagt, ich bin kein Techie. Dann habe ich gemeint, ja gut, was ist denn der Kundennutzen dahinter? So, dachte, sie können es mir vielleicht übersetzen. Ja, das wissen wir nicht. Okay. Ich komme zurück vom Essen. Dann hatten die Scrum Master eine richtig coole Idee. Wir sollten das Team endlich mal die Reviews präsentieren lassen. Und ich komme vom Essen und denke mir so, Moment, Alarm. Weil in meinem Kopf war, wenn ich jetzt mit dem Wissen stand, die Teammitglieder vor Stakeholdern präsentieren lasse, was sie machen, dann reden die einmal klingonisch mit eben den Stakeholdern, die dann gar nichts verstehen. Also es sind zwei unterschiedliche Sprachen. Das wäre nicht möglich gewesen. Dann habe ich das den Scrum Mastern so erklärt, und die so, oh, stimmt, das könnte ein Problem sein. Nicht so, kein Thema. Die Product Owner, die wissen ja bestimmt, wofür die Features entwickelt werden. Ich gehe zu den Product Ownern. Bin zu den Product Ownern gegangen. Liebe Product Owner, wofür entwickelt ihr denn die aktuellen Features? Ja, also eigentlich bauen wir gerade nur die alte Website nach. Da hat jemand ein Déjà-vu? Dann bin ich so, okay, gut, aber hat denn das, was ihr nachbaut, aktuell einen Kunden nutzen? Das wissen wir nicht, weil mit dem Kunden reden wir noch nicht so wirklich. Ja, was ist denn eure Vision? Die steht irgendwo auf der Homepage. Ja, aber kennt ihr die denn? Ihr seid doch die Product Owner, ihr müsst die doch kennen. Nee, nee, das ist schon ein bisschen länger her. Dann habe ich gemeint, okay, gut, dann erzählt mir doch, was ihr macht. Wir machen jetzt ein, nach dem Prinzip, what, how and why, ein Poster. Für euch. Damit die Entwickler, wenn sie vorstellen, sich da entlanghangeln können. Dann haben sie mir erzählt, was sie machen. Und das war das Ergebnis. Das hier oben ist die Vision, die ich geschrieben habe. Denn sie konnten mir nicht sagen, was ihre Vision ist. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt bald wieder zurück nach München. Die sind in Wien. Ich habe jetzt keine Zeit. Das Review ist nächste Woche. Wir brauchen erstmal ein MVP. Ich schreibe da jetzt irgendwas hin. Ja, aber das passt doch nicht. Das ist super, dann habt ihr einen Störfaktor. Dann könnt ihr die nächsten Wochen, bis ich wieder da bin, überlegen, was da besser stehen könnte. Und so haben wir gestartet. Das haben wir dann als Vision geschrieben, das Haus in die verschiedenen Plattformen. Und hier unten, das waren drei verschiedene Teams, Featurama, App Society und A-Team, die halt unterschiedlich, es ist ein skaliertes Produkt, auf diese Tools hier oben eingearbeitet oder da zugearbeitet haben. Das Ganze groß auf zwei Flipcharts gezeichnet, hang dann auch in dem Raum, in dem das Review präsentiert worden ist und die Entwickler wurden dann so noch vorher befähigt und gecoacht, dass wir ihnen erklärt haben, stellt das Feature vor und leitet von unten nach oben her, wie es aus eurer Sicht auf die Vision einzahlt. Das war der erste Schritt. Wie schon gesagt, die Product Owner hatten einen Störfaktor und das Schöne war, nach zwei Wochen kamen sie an und haben gesagt, okay, wir möchten erst einmal aus diesen drei unterbesetzten Teams zwei vollbesetzte Teams machen. Das heißt, es gibt da eine Restrukturierung und wir haben jetzt eine Vision, weil sie haben endlich drüber gesprochen, weil sie jeden Tag an diesem Poster vorbeigelaufen sind und jeden Tag diesen Störfaktor hatten, hatten sie dann auch die Muse daran, was zu ändern, haben miteinander und mit ihren Teammitgliedern gesprochen mit diesem Ergebnis. Handling our customers' insurance matters in a simple and pleasant way. Und damit waren die Product Owner happy. Natürlich ist das auch Work in Progress. Das wird sich mit Sicherheit auch weiterentwickeln. Aber für den Moment waren sie dann happy und was dann hier unten noch passiert ist, das war auch sehr spannend, denn was die eingeführt haben, war die Befähigung der Teammitglieder, es gibt jetzt jedes Mal vor dem Review ein Präsentationscoaching. Damit nämlich die Entwickler nicht mehr vorstellen, ich habe Jira User Story 2340 gemacht und dann mit irgendwelchen Tech-Gespräch kommen, sondern dass sie das Ganze jetzt in Form von Storytelling verkaufen. Beispiel für Storytelling in der Form. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal Hagel erlebt. Und jetzt stellt euch vor, bei euch ins Hausdach hagelt es rein. Also es gibt einen Hagelschaden. Wie ärgerlich ist das denn? Jetzt seid ihr bei der Versicherung, eure Versicherung hat ein Webportal und ihr denkt euch, ihr ladet dieses Bild hoch. Wie schön, wie toll. Habt das Bild als PNG-Datei, möchtet es hochladen? Oh, es geht nur JPEG. Okay, ärgerlich. Was braucht man? Ein Workaround. Kann man machen? Nervt. Trotzdem. Und wir haben jetzt im letzten Sprint ein Feature entwickelt. Jetzt könnt ihr JIF, JPEG, TIF, JPEG, alles an Dateien, PDF hochladen, was ihr gerade hochladen möchtet. Und das versteht jeder Stakeholder. Das versteht jeder. Und das kriegen die dann jetzt eben auch entsprechend gecoacht. Und durch diese visuelle Unterstützung werden auch die Stakeholder, auch wenn sie das erste Mal da sind, abgeholt, was ist die Vision und wie zahlt es drauf ein? Ein weiteres Beispiel, das hier ist ein Teambuilding gewesen, auch eben zur Führung. Die Chefin dieses Teams hat gemeint, na, also irgendwie läuft es bei uns nicht rund. Irgendwie arbeiten wir mehr gegeneinander als miteinander. Und wir haben eine Heldenreise gemacht. Kennt jemand die Heldenreise? Ja, wenige. Die Heldenreise kennt jeder von euch, ohne es zu wissen. Es gibt einen Held, der ist in seiner Idylle, der ist eigentlich glücklich, doch dann kommt der, der Ruf, der Ruf nach Abenteuer. Er findet eine neue Zauberkraft oder er ist der einzige schicksalshaft Auserwählte, der die Welt retten kann. Aber der Held will nicht. Frodo wollte nicht zum Schicksalsberg. Und dann kommt der Point of No Return. Irgendwas passiert und plötzlich ist er schon losgelaufen und er kann nicht zurück, weil, puh, gruselig. So ganz alleine, die Berge wieder zurück. Er findet Gefährten, er findet einen Mentor, er schafft seine ersten Schlachten, die ersten Abenteuer und alles sieht erst mal gut aus. Doch dann scheitert er an seiner eigenen Persönlichkeit. Er will den Ring. Oh mein Gott, er steht sich selbst im Weg. Wird er es noch schaffen? Doch dank seines treuen Gefährten schafft er es wieder auf den rechten Weg. Er besiegt den Bösen und kehrt gestärkt als neue Persönlichkeit zurück. Oder eben im Fall von Frodo auch nicht und er düst halt ganz ab. Aber letztendlich ist das das, was wir in jedem Film finden. Und diese Heldenreise haben wir einmal durchlebt. Das sind zwölf verschiedene Schritte. Ich habe verschiedene Fragen gestellt und vorab musste jedes einzelne Teammitglied sich selbst einen Charakter überlegen. Was ist mein Superheldenname? Was ist meine Superkraft? Und Superkraft aber im alltäglichen Sinne. Ich bin kommunikativ. Ich bin die Person, die alle zusammenhält. Ich bin die Visualisierungstee. Was auch immer. Und aber ganz wichtig auch, womit stehe ich mir selbst im Weg? So wie Iron Man mit seiner Arroganz oder Captain America mit seinem Patriotismus. Also ein Zeitpunkt der Offenbarung, um anschließend gemeinsam aus dem Erlebten ein Teamplakat zu machen mit Anekdoten aus dem Alltag, dass man hinhängen kann. Und auch das ist eine Art der Führung. Es zeigt immer wieder auf, hey, auch wenn es mal nicht rund läuft, wir schaffen unsere Abenteuer. Hier noch ein Beispiel, wie man auch ein Unternehmen führen kann. Wer von euch kennt Novartis? Boah, kennt man? Ein riesiges Pharmaunternehmen, 130.000 Mitarbeiter weltweit. Das hier ist der CEO. Und der CEO von Novartis, der macht gerade eine kulturelle Transformation unter dem Hashtag Unboss Your Company. Und hat einen ganz tollen Vortrag beziehungsweise so ein Gespräch, zwölf Minuten mit Adam Grant gehalten. Der ist Unternehmenspsychologe. Und die ganzen Sachen sind sie durchgegangen. Ich habe das Ganze, weil ich es so toll fand, visualisiert bei Pizza und Tee, wie man das heutzutage so macht. Und diese Darstellung, der Vasna Rasimhan, der war so dankbar dafür, dass er als CEO von Novartis mich persönlich angeschrieben hat, ob er dieses Bild teilen dürfe. Weil das hilft ihm bei seiner Mission. Das, was sonst ein zwölfminütiges Video ist, ist da auf einem Bild. Und auch hier wird einfach gezeigt, dass diese visuelle Kommunikation, die können wir einfach schneller verarbeiten, schneller in Schubladen holen. Das weckt schneller Emotionen hervor, als wenn wir dann eben zwölf Minuten ins Zuhören investieren müssen. Das hat man allein aus den Zahlen gesehen, wie oft das geliked worden ist im Vergleich zum Video. Es wurde dreimal öfter geteilt, geliked, gesehen, weil Menschen einfach mehr Zeit haben und sich die Zeit nehmen, ein Bild anzuschauen, als ein ganzes Video. Abschließend noch ein letzter Impuls, dann haben wir es geschafft. Ich finde eine Stunde sehr lang, muss ich sagen. Kurz eine Übersicht. Ich gehe gar nicht auf die Tools ein. Jürgen hat da ganz viel gerade präsentiert. Es gibt eben verschiedene Tools für Struktur und Klarheit, verschiedene für Transparenz, verschiedene für Kommunikation. Was für euch das Richtige ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich habe euch eben jetzt Impulse gegeben. Schaut, was ihr von anwenden könnt. Und es gibt nicht das eine Tool und die eine Visualisierung, sondern auch hier gilt, reflektiert, was läuft gut, wo gibt es Verbesserungspotenzial, welche Maßnahmen leitet ihr ab und findet euren eigenen Weg. Und im Sinne des Leaderships eine Erkenntnis, ich hatte letztes Jahr so eine kleine Selbstkrise, weil ich auf Vorbildsuche war. Ich wollte unbedingt ein Vorbild im Leben haben, einen Mentor, jemanden, bei dem ich sage, Mensch, das ist die Person, die mich inspiriert und habe aber niemanden gefunden als einzelne Person. Und habe mir dann einfach vorgenommen, sei das Vorbild, das du selbst gerne hättest. Und seitdem ich das mache und versuche, flutscht es irgendwie im Leben. Daher, wer vielleicht gerade auf seiner Sinnkrise ist, sich überlegt, kann ich Leader sein oder nicht? Nachdem ich beschlossen habe, ich bin das Vorbild, das ich selbst gerne hätte, nachdem ich beschlossen habe, ich bin jetzt einfach Leader, habe ich tatsächlich die Rolle des Leaders bekommen. Mein Team hat mich selbst gewählt zum Team Lead, also bei uns war das unter dem Titel Product Owner. Und das, was man lebt, das, was man ausstrahlt, das kommt auch zu einem zurück. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viele Impulse mitnehmen könnt, viele Bilder und ich wünsche euch noch eine schöne Konferenz. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Sabine, für den interessanten Vortrag. Und ich habe für mich selbst auch schon ein paar Sachen entdeckt, die ich vielleicht umsetzen werde in meinem Arbeitsumfeld. Gibt es Fragen? Einen Moment. Ja, eine ganz einfache Frage. Du hattest vorhin gesagt, deine Präsentation finden wir irgendwo. Wo finden wir die denn? Weil da waren wirklich tolle Bilder dabei. Die ist auf SlideShare. Ich habe die nämlich vor zwei Wochen schon auf der Manage Agile gehalten, habe ein bisschen die Reihenfolge geändert. Ich kann auch die aktualisierte Version nochmal hochladen auf SlideShare. Also SlideShare, Sabina Lammert und dann ist natürlich das Bild von Jürgen Appelow nicht drin und das hier habe ich glaube ich auch nicht drin. Das letzte, aber der Rest ist drin. Und auf meiner Homepage kann man die sich auch als PNG runterladen, weil dort ist es glaube ich nur als PDF, soweit ich weiß. Weitere Fragen? Ja, wenn du da solche recht komplexen Sachen, also so eine Entscheidungsfindung oder sowas visualisierst, ich meine, wenn man da in der Diskussion ist, dann geht auch mal was wieder andersrum und dann hast du vielleicht schon was gezeichnet, passt dann nicht. Machst du dann hinterher nochmal so ein Gesamtbild, also fasst du das nochmal zusammen oder wie machst du das? Wenn es tatsächlich anschließend Nutzen hat, also Dokumentation um der Dokumentation willen, damit es schön aussieht, mache ich nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, das wird dann anschließend präsentiert vorm Aufsichtsrat oder vorm Vorstand, dann ja, weil dann soll es tadellos aussehen. Aber wenn es jetzt nur für das nächste Teammeeting ist, dann finde ich es auch wichtig, dass man die Fehler oder die Irrdiskussion, die man hatte, auch mit visualisiert hat. Genau, danke. Du hast gesagt Pen to Paper, aber ein paar Sachen, glaube ich, hast du auch direkt digital gemacht. Was sind deine Handwerkszeuge? Also es ist alles, was ich hier gezeigt habe, außer jetzt die Flipcharts, sind digital. Ich habe ein iPad. Ganz wunderbar, das neue iPad. Und da verwende ich ein Programm, das heißt Procreate. Das ist wie Photoshop für das iPad. Also zum Visualisieren. Es kostet nur einmalig 11 Euro. Es ist keine große Investition. Aber es ist maximal komplex. Darum kann ich empfehlen, dass man vorher mit etwas Einfachen anfängt, wie Paper 53 oder Tiazui Sketches, um einfach mal zu malen. Man kann auch, wenn man ein Surface hat, einfach OneNote verwenden. Das ist halt, finde ich, nicht ganz so gut, aber für die meisten Sachen reicht es. Noch weitere Fragen? Ja. Ja, wenn Pen und Paper, wie stehst du dazu? Whiteboards? Ja, Whiteboards. Ich kann die besten Whiteboard-Stifte der Welt haben. Es sieht niemals so gut aus, wie wenn ich es auf Flipchart male. Das heißt, Whiteboard, ja, verwende ich auch, wenn es da ist. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, es ist zwar umwelttechnisch nicht das Schönste, verwende ich wirklich Flipchart, weil die Farben kommen viel brillanter rüber. Gerade wenn man die guten Neuland-Stifte verwendet, die kann ich wirklich wärmstens allen empfehlen. Ich kriege kein Geld für die Werbung. Ich stehe wirklich einfach hinter dem Produkt. Die sind einfach viel brillanter in der Farbe. Die haben auch Outliner, schwarze Stifte, die nicht wasserlöslich sind. Also sie gehen auch nicht aus Kleidung raus. Aber man kann mit den bunten Stiften drüber malen und es hat einen ganz anderen Effekt. Also hier gilt auch, wenn ich, wo ist denn dieser Stift von vorhin, mit diesen Flipchart-Markern male, sieht es bei mir auch aus wie Kraut und Rüben. Ehrlich. Also ihr könnt allein euer Flipchart-Mallevel durch die richtigen Stifte enorm steigern. So, noch Fragen? Gut, ja. Bei deinem Start-with-the-why-Portfolio, bist du da auch selber mit dem Warum gestartet oder hast du dich von außen genähert? Ich bin selbst mit dem Warum gestartet. Also ich bin tatsächlich jemand, also da stand ja auch drin, den Arbeitsalltag zum Erlebnis machen, weil ich wollte etwas, bei dem ich zu jedem Zeitpunkt dahinter stehe. Ich wollte nichts da drinstehen haben, dass es mir jetzt um Agilität primär geht, weil mich interessiert auch mehr als nur agil. Mich interessiert auch mehr als nur Visualisierung. Und das, was mich interessiert, ist Menschen zu befähigen, Spaß bei der Arbeit zu haben. In welcher Form auch immer und was dazu hilft. Weitere Fragen? Gut, dann nochmal vielen herzlichen Dank. Eine kleine Aufmerksamkeit von Veranstalter für deine Mitwirken heute. Noch ein Hinweis, es gibt die Möglichkeit, Feedback über diesen Vortrag und andere Talks während des Tages in der Tools for Agile Teams App abzugeben. Dann nochmal recht herzlichen Dank und Spaß noch am weiteren Tag. Danke auch.